Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Streugut Dienstag. Heute wollen wir euch mal zeigen, was unseren Vento so besonders macht. Da ist einerseits der massive Behälter aus Metall, unser umfangreiches und sehr komfortables Bedienteil, sowie unser Hochleistungsgypnesel, mit dem wir Arbeitsbreiten von 6, aber auch bis zu 12 Meter erreichen können. Dazu kommt ein rollzeugloser Zellenradwechsel, ein rollzeugloses Abziehen der Schläuche. Und im Serienumfang sind bereits viele Komponenten enthalten, die man benötigt. Das alles haben wir aber nicht nur beim Vento, sondern auch beim Vento Duo. Der Vento Duo hat einen zweigeteilten Tank und zwei unabhängig voneinander steuerbare Zellenradwellen. Damit lassen sich zwei verschiedene Saatgüter bis zu 6 Meter Breite ausbringen. Wenn ihr mehr über das Ganze erfahren wollt, dann schaut doch bitte auf unserer Homepage nach in unsere 360-Grad-Welt. Dort wird euch alles nochmal in 3D gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr mir einen Like da lasst. Bis dahin, ciao!